Das Kloster Rohr ist ein ehemaliges Kloster der Augustiner Chorherren und heute eine Benediktinerabtei in Rohr in Niederbayern in der Diözese Regensburg. Die zur Bayerischen Benediktiner Kongregation gehört, die offizielle Bezeichnung ist Abtei zum Heiligen Wenzel zu Braunau in Rohr. Geschichte Das Augustiner Chorherrenstift 1133 übergab der edle Adalbert von Rohr, dem im Jahr zuvor seine Gattin nach kinderloser Ehe gestorben war. Seinen Besitz dem Regensburger Bischof unter der Bedingung in Rohr ein Augustiner Chorherrenstift zu errichten, dem er sich selber anschließen wollte. Am 10. Oktober 1133 bestellte Bischof Heinrich I. Bruno zum ersten Probst der Neugründung, woher er und die ersten Chorherren kamen, ist nicht überliefert. 1136 nahm Papst Innozenz II. das Kloster in apostolischen Schutz und bestätigte die Augustiner Regel, ebenso Papst Eugen III. Im Jahr 1153-1158 nahm Kaiser Friedrich Barbarossa auf Bitten des Pupstes das Stift in den kaiserlichen Schutz und bestätigte den Klosterbesitz. Ab 1138 hatten die Abensberger die Stiftsvogthei inne, bis diese mit ihrem Aussterben 1485 an die Wittelsbacher überging. Das Stift entwickelte sich in seinem 1. Jahrhundert gut. Mitte des 13. Jahrhunderts kam es zu einer Krise, zum einen musste sich das Stift der Übergriffe der Grafen von Moosburg erwehren. Zum anderen kam es innerhalb des Konventes zu Differenzen, Bischof Leo von Regensburg sah sich gezwungen, Pupst Konrad II., für 16 Monate seines Amtes zu entheben, da dieser mit seinem Konvent in Streit lag. Danach erholte sich das Stift wieder. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts kam es zu einer erneuten Krise und zu einem raschen Verfall, ohne dass die Ursachen letztlich erkennbar sind. Hierauf setzten der bayerische Herzog und der Regensburger Bischof den Augustiner Chorherr Petrus Fries aus dem Reformstift in das Dorf als Propst in Rohr ein. Er kam mit fünf Chorherren und seine Reformtätigkeit trug bald Früchte, daher wird er auch als zweiter Gründer des Stiftes bezeichnet. Als Fries 1452 von Nikolaus von Küss zum Visitator der bayerischen Augustiner Chorherrenstifte ernannt wurde, war Rohr selbst zu einem Zentrum der Reformbewegung geworden. Im Landshuter Erbfolgekrieg wurden Markt- und Stiftrohr stark beschädigt. In der Reformationszeit schmolz der Konvent zwar stark zusammen, hielt aber streng an der Ordensregel und am alten Glauben fest. In der Gegenreformation stieg die Zahl der Rohrer Chorherren wieder. 1595 verlieh Papst Clemens VIII. Probst Johann Hollensteiner die Pontifikalien. Da das Stift wirtschaftlich gesund war, konnten Kirche und Kloster nunmehr baulich instand gesetzt werden. 1632 kam es jedoch zur Katastrophe, als im Dreißigjährigen Krieg der Schwedenkönig Gustav Adolf Rohr zerstörte. Das Kloster ging in Flammen auf, nur die Kirche und einige Wirtschaftsgebäude blieben verschont. Die kaiserlichen Truppen, die sich 1648 in Rohr einquartierten, zeigten sich nicht besser als die Schweden. Nunmehr wurden die wertvolle Bibliothek und ein Teil des Klosterarchivs ein Raub des von ihnen gelegten Brandes. Auch die Kirche wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem westfälischen Frieden 1648 erholte sich das Stift wieder. 1682 begann unter Probst Patricius Freiherr von Heidon eine neue erfolgreiche Stifts-Ära. Während seiner 48-jährigen Regierungszeit wurden die Stiftsgebäude und die Kirche in barocker Pracht neu errichtet. Den Hochaltar der Stiftskirche, der die Himmelfahrt Mariens vollplastisch als Theatrum Sacrum darstellt. Schuf Egid Quirin Asam von 1722 bis 1723, vielleicht war er nicht nur der Ausstatter, sondern auch der Baumeister der Kirche. Die Orgel wurde 1725 von Johann Konrad Brandenstein gebaut. 2006 erhielt sie ein neues Orgelwerk von Metzler Orgelbau mit 29 Registern auf zwei Manua-Inn und Pedal. 1715 schloss sich das Stift der Lateranensischen Kongregation an. 1761 wurde als letzter Bauabschnitt der Ostflügel des Klosters fertiggestellt. Nicht nur äußerlich, auch innerlich ging es dem Stift gut. So schickte man Chorherren zum Studium nach Ingolstadt, Dillingen und Rom. Man pflegte die Instrumentalmusik, gründete ein Sänger-Knabenkonvikt und eine Realschule und man betätigte sich wissenschaftlich. Die Säkularisation, die am 29. März 1803 dem letzten Probst Petrus Pustet verkündet wurde, beendete ein blühendes Klosterleben. Die Stiftsgebäude gingen in Privatbesitz über und wurden zur Hälfte abgerissen. Im Ostflügel des Klosters wurden der Pfarrhof und eine Schule untergebracht, in einem Teil des Westflügels ein Wirtshaus eingerichtet. Die Stiftskirche durfte als Pfarrkirche überleben, zerstört wurde aber die Heilig-Geist-Kapelle, die Grablege der Abensberger und der Rohrer Pröbste. 1880 versuchten ZisterzienserInnen vom Kloster Seligenthal-Landshut und 1890 Prämon-Stratenser vom Stift Wilten eine Wiederbelebung klösterlichen Lebens-Inruhr. Beide Versuche scheiterten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen sich 1946 im ehemaligen Kloster die heimatvertriebenen Benediktiner-Mönche aus dem böhmischen Kloster Braunau nieder. Sie weiten ihr neues Kloster dem heiligen Wenzel Dominik Prokop, der bereits 1929 zum Abt des Doppelklosters Braunau-Brevnov gewählt worden war. Amtierte in Rohr bis 1969. Ihm folgten Virgil Kinzel sowie Johannes Zeschik. Vom 2. Juni 2002 bis 3. Juli 2010 wurde das Kloster von Abt Gregor Sippel geleitet. Er war der vierte Abt des Klosters Rohr und zugleich der 62. Abt des Klosters Braunau. Von 2010 bis 2016 war Abt Markus Eller Administrator der benediktinischen Gemeinschaft. Seit 2016 steht Abt Barnabas Bögle vom Kloster Erteil der Benediktinerabteil als Abt-Administrator vor. Die Benediktiner-Mönche gründeten 1947 in Rohr das Johannes-Nepomuk-Gymnasium, welches in der alten Tradition des Braunauer-Stifts-Gymnasiums steht. Eng verbunden mit dem Kloster Rohr sind die nach der Vertreibung aus der Tschechoslowakei als Ackermann-Gemeinde zusammengeschlossenen katholischen, Sudeten-Deutschen, die zusammen mit ihrem Jugendverband Jungen Aktion viele Veranstaltungen im Kloster durchführen, Klosterkirche, Gemeinde Kloster Rohr. Bis 1875 trug die Gemeinde, die vollständig von der Gemeinde Rohr umschlossen war, den offiziellen Namen Rohr-Kloster. Dann wurde sie in Kloster Rohr umbenannt. Am 1. Januar 1910 verlor sie ihre Selbstständigkeit und wurde in die Gemeinde Rohr, jetzt Rohr in Niederbayern, eingegliedert. 1. Januar 1921 Untertitelung des ZDF, 2020